Wie war denn die Zinspolitik auf Finanzierungszinsen? Die aktuelle Zinspolitik, was kann ich schon im Einkauf, im Einkaufsgespräch vorbeugend dafür tun? Als Makler das runterhandeln muss, das ist nämlich ein Riesenproblem. Die Leute, kommt mal alle schön runter, entspannt euch mal. Fakt ist, macht euren Job und macht den richtig cool. Und informiert die Leute gut, euren Kunden Sicherheit vermitteln. Herzlich willkommen zu einem weiteren Podcast von unserem Format Immolution. Heute wollen wir mal über ein Thema reden, was ich glaube sehr, sehr viele Makler da draußen beschäftigt. Nicht nur Makler, auch andere Menschen. Und zwar die aktuelle Zinspolitik. Wo geht es mit den Zinsen hin? Und was für Auswirkungen hat das auf die Branchen oder auf die vor allem Immobilienmaklerbranche, aber auch die Leute, die Kontakt zu einem haben? Wie zum Beispiel Eigentümer oder Käufer. Und ich denke, das ist ein brisantes Thema. Da gibt es viel drüber zu erzählen, vor allem wie man da das Ganze lösen kann. Natürlich wie immer heute mit dir zusammen. Lass mich direkt mal die Frage stellen und zwar, was für einen Stellenwert hat diese Herausforderung? Naja, also zuallererst mal muss man natürlich immer mal sehen, was ist es eigentlich? Es ist ja wieder das Auslösen einer gewissen Krise. Ja, und ich will hier mal ganz kurz nochmal zurückgehen auf das Thema Corona. Auch da war das ja letztendlich eine Krise. Das heißt also, keiner wusste im Prinzip, oder die Sorge, die Angst, was passiert jetzt? Was ist jetzt hier los? Wollen die Leute überhaupt noch kaufen? Halten sie sich zurück? Hier spielt natürlich auch die Presse, die Medien wieder eine große Rolle. Ich nenne sie mal so ein bisschen die Chaos-Händler, also die Angst und Schrecken verbreiten, ein bisschen Stress machen und so weiter. Und das führt natürlich automatisch zu Reaktionen. Reaktionen auf der Käuferseite, Reaktionen auf der Verkäuferseite. Und das ist sehr entscheidend. Also zu sehen, auch als Immobilienmakler jetzt zu sehen, was passiert da eigentlich wirklich? Und hier gibt es natürlich jetzt die einen, die in Angst und Schrecken verfallen. Also man könnte auch fast sagen, die sich auf den Rücken legen und kapitulieren, ja, so auf gut Deutsch. Und die anderen, die halt so ein bisschen ratlos sind und so weiter. Und die Nächsten, die gehen, werden wütend. Aber was ist das wieder für eine Kacke jetzt hier? Was läuft jetzt hier gerade wieder für ein schräger Film? Ja, mein Geschäft wird kaputt gemacht von außen. Bla, bla, bla. So, das sind natürlich alles Reaktionen erstmal. Schauen wir uns aber wirklich zuallererst mal den Einflussfaktor Nummer 1 ein. Das heißt, da geht die EZB hin und erhöht den Leitzins. Daraus entsteht natürlich eine Kettenreaktion. Also das heißt, die Banken ziehen nach, die Baufinanzierungszinsen steigen. Geld wird teurer. Geld wird teurer und so weiter. Das ist immer ganz simpel. Wir wollen es ja simpel halten. Und daraus entsteht natürlich dann so ein Flächenbrand. Ja, also der Flächenbrand ist dann, dass die Medien greifen das auf. Wir müssen ja immer coole Themen haben, um unsere Nachrichten zu verbreiten, damit die Leute auch schön gucken und die Zeitung kaufen, die Auflagen hochgehen, bla, bla, bla. Dafür muss man natürlich irgendwie ein bisschen Stress, Hektik verbreiten. Und dann kommt das irgendwann beim Kunden an. Beim Käufer oder beim Verkäufer. Lass uns nochmal ganz kurz Corona anschauen. Weil bei Corona war das ja so, dass auf einmal, also es passiert erstmal ganz viel auf der Ebene des Maklers. Warum? Der hat so den ersten Kunden, der ihn anspricht. Ja, ich weiß nicht. Muss nochmal drüber nachdenken, ob ich verkaufe wegen Corona und so Sicherheit. Ich weiß noch nicht so genau. So, das ist ja die erste Reaktion. Und dann kommt ein Impuls beim Makler auch zustande. So, oh, was passiert jetzt hier? Und wie haben wir das gemacht? Wir haben das, wir haben es ja wirklich erlebt. Wir haben auch im Coaching Leute gehabt, die gesagt haben, ja, nee, ich mache jetzt erstmal, ich will mir das erstmal abwarten. Das ist schon mal die falscheste Reaktion, die man machen kann. Abwarten. Abwarten ist immer falsch. Ja, Angriff, also angreifen, in Aktion gehen, Action machen, Handhaben, das ist das, worum es letztendlich geht. So, was haben wir gemacht? Letztendlich haben wir ja erstmal unseren Kunden geraten, in Kommunikation zu gehen. Also mit den Leuten, mal zu fragen, was ist denn überhaupt der Grund? Was beschäftigt sie denn gerade dabei? Und da haben sie schon tatsächlich viele Dinge aufgelöst, ja, weil sie haben überhaupt mal herausgehört, dass es eher Sorge, eher Angst ist, aber das basiert ja auf Unvollständigkeit, also auf Nichtwissen, dass sie einfach keine Ahnung haben, ja. Weil sie ja nur reagieren auf das, was sie hören, ja, ist ja logisch. Genau, die sind einfach getriggert, genau, die sind einfach getriggert, ja. So, und dann haben wir gesagt, pass auf, fang doch mal an, die Leute zu informieren, ganz gezielt, ja. Zum Beispiel auch schon im Marketing, in der Werbung, also da, wo du rausgehst und neue Kunden akquirieren willst, fang doch mal an zu informieren. Zum Beispiel, indem du dein letztes verkauftes Objekt während Corona-Phase mal publizierst, veröffentlicht, ja. Also verbreitest, dass du einfach mal sagst, hier, Immobilienverkauf trotz Corona, ja. Und mit Ross und Reiter, mit Kunde, mit der ganzen Story, die dahinter steht. Und das hat so geknallt, ja, das hat so gebombt. Warum? Weil auf einmal den Leuten real wird, das funktioniert. Zweite Maßnahme war, du musst den Leuten Sicherheit vermitteln. Also heißt Maske, Hygiene, wie läuft eine Besichtigung ab und so weiter. Dann haben wir angefangen, Besichtigungen per Zoom sogar einzuführen, ja. Also wirklich mit mehreren Leuten eine Besichtigung durchzuführen, um dieses Problem der Massen, also der vielen Leute, die eine Immobilie besichtigen wollen, zu reduzieren. Also sozusagen natürliche Qualifizierung einzubauen, ja. Und nicht vorne die Leute, ups, nicht vorne die Leute zu qualifizieren, also tot zu qualifizieren, weil das wollen wir auf gar keinen Fall. Wir wollen ja ganz, ganz, ganz viele Interessenten haben, damit wir sicher, zielsicher einen haben, der kaufen will. Also das war zum Beispiel mal so ein Beispiel für dieses Thema, wie wir es in Corona gehandhabt haben. Jetzt ist ja, jetzt die Phase Corona, denke ich, haben wir größtenteils überstanden. Jetzt sind wir in einer anderen Phase, der Markt wandelt sich, der Markt ist dynamisch, wir bewegen uns immer wieder in Phasen, aber auch diese Phase, auf die wir uns jetzt gerade bewegen oder schon teilweise drinstecken, da scheiden sich ja auch die Geister, gab es ja schon mal. Es ist, wie bei der Mode, ja, die 80er-Jahre-Mode kommt auch irgendwann wieder. Genauso auch mit der Geldpolitik, mit dem Verhalten der Zentralbanken etc. Was für Auswirkungen hat dieses Ereignis, diese Veränderung jetzt wirklich konkret auf Käufer? Weil ich gebe dir jetzt einfach mal ein bisschen Hintergrund darüber, was ich höre von den Leuten, ist, ich hatte x Kaufzusagen, die sind mir alle abgesprungen, die sind mir alle weggeflogen. So, und jetzt mittlerweile bleiben die Käufer schon generell aus, ja, die ernst zu nehmen. Genau, die Nachfrage geht runter. Angebot steigt aber, ja, also es wollen viele verkaufen, also gegensätzlich letztendlich. Wie ist die Handhabung dessen? Also erstmal glaube ich nicht, dass das die vollständigen Informationen, also dass nicht alles wirklich ist, sondern das ist auch natürlich immer eine Betrachtung regional bezogen. Also die Ballungszentren haben natürlich nach wie vor die Nase vorn, ja. Die Ballungszentren werden immer die Nase vorn haben. Das hat einen einfachen Hintergrund, nämlich, dass der Wunsch dort zu wohnen auch teilweise zwangsbedingt ist, ja, durch Umzug, Jobwechsel etc. Also da, wo ein großer Druck herrscht, ja, also Druck im Markt herrscht, müssen Leute immer kaufen. Das muss man einfach wissen, ja. Das ist einfach so. Das Zweite ist auch Verkaufen, ist genau das Gleiche. Nämlich der Druck ist ja immer basierend auf, das wissen die altgedienten Immobilienmakler, wissen das, oder wer sich mit Marketing beschäftigt, weiß, dass es bestimmte Verkaufsgründe gibt, wie zum Beispiel zu groß, zu klein, Scheidung, Tod und so weiter. Ich will jetzt nicht alle hier rauf und runter beten, aber das sind die Dinge, die einfach normal sind. Aber das ist auf der Käuferseite genauso. Das heißt, es gibt bestimmte Gründe, warum muss jemand kaufen. Und wenn wir das Ganze mal in drei Käufertypen unterteilen, Käufertyp 1 ist zum Beispiel derjenige, der sucht seit drei Jahren, sucht die Nadel im Heuhaufen. Was wird denn mit dem passieren? Der wird doch jetzt nicht kaufen. Der wird sagen, oh ja, komm, warte ich erst mal ab. Also der ist uninteressant. Das heißt, der wird natürlich, der sonst bei, sagen wir mal, einer Eigentumswohnung von 80 Quadratmetern in Köln, wo 150, 200 Anfragen kommen, wird der natürlich jetzt erst mal wegbleiben. Logisch, ne? Klar. Zweite Körpergruppe ist die, die vielleicht gerade angefangen haben, die noch in einer Orientierungsphase sind, wo noch kein richtiger Pain da ist, wo sie gesagt haben, ah, man könnte doch eigentlich mal jetzt kaufen langsam und so weiter. Der wird auch mehr oder weniger wegbleiben. Also die, die real übrig bleiben, sind die, die wirklich einen Pain haben. Zum Beispiel, Kind kommt, Wohnung wird zu klein, ja? Oder Mann ist gestorben, Haus ist zu groß, ja? Geht einfach nicht mehr. Finanzielle Sorgen, das bleibt ja alles da. Also die Leute, nicht finanzielle Sorgen, also verkleinert, vergrößern oder Umzug jobmäßig. Das sind Leute, die müssen handeln. Unabhängig der Zinspolitik. Die können zwar auch erst mal mieten, das ist auch eine Möglichkeit, aber jemand, der jetzt in München eine Wohnung mieten wird, aber einen coolen Job hat, der wird auch immer die Option haben des Kaufens. Und jetzt ist eine Sache klar, erst mal nicht nervös werden, Punkt Nummer eins. Punkt Nummer zwei ist, dass das Produkt, also die Dienstleistung, die ich liefere, also der Verkauf an sich, der muss halt maximal genial, maximal cool, also alle Makler, die jetzt so den Fast-Deal schnell mal so mit Abkürzung und so weiter, die werden natürlich jetzt Probleme kriegen, das ist ja logisch, ja? Aber wenn du einen coolen Prozess entwickelt hast, ja? Also eine Schritt-für-Schritt-Abfolge zur Erreichung eines bestimmten Ziels, also Arbeitsschritte. Und dieser Prozess auch besonders ist. Exakt. Der muss besonders sein, ja? Und der muss, mal abgesehen davon, nicht nur jetzt wegen der Zinspolitik oder wegen Corona oder sonst. Nein, aber es macht natürlich Sinn, gerade jetzt in dieser schwierigen Phase, da einen Prozess zu haben, der in der Lage ist, auch jetzt Käufer durchzubekommen. Ja, klar. Also das heißt, nicht nur einfach mal ein Portal einstellen und hoffen, das ist ja so Hoffnungsmarkelei, ja, wird schon irgendwie gut gehen, sondern der Immobilienmakler, der echter Experte ist, Experte, ich betone Experte, das werden wir vielleicht noch mal in einer anderen Folge besprechen, was da der Unterschied und genau die Definition ist, dass dieser Experte eben genau weiß, was er tut und dass er auch genau weiß, die richtigen Leute anzutriggern, die richtigen Leute auch zu kriegen und die richtigen Leute zu holen. So, das ist mal das, was oben drüber steht. Also Vollgas-Marketing auf den Verkauf einer Immobilie. Nächster wichtiger Punkt ist, das Thema jetzt wieder die richtigen Daten den Käufern zu vermitteln, um diese Verunsicherung, dieses Zinsproblem, ich habe ein Problem und um Gottes Willen, ja, so, also ein Gedanke, der da sehr smart ist, ist, du hast einen Finanzierungsberater, Finanzierungsvermittler, unabhängig, oder du hast einen Banker, hey, interview den Banker, was ratet ihr gerade, wie ist die Zinspolitik, wie sieht es genau aus, zu welchen, was ist jetzt sinnvoller, variabel zu finanzieren, jetzt nicht direkt voll festzuschreiben, um dann zu warten, ja, wie sind denn überhaupt die Konditionen, also das heißt wirklich aufklären, aufklären, das ist das alles entscheidende, aufklären. Ja, weil da sagst du, was wichtig ist, weil die Käufer, das, was bei den Käufern gerade vorgeht, geht ja nur vor, weil die verunsichert sind, durch Medien, Chaos-Händler, was sie halt so hören. Das kann man eben nur durch Aufklärung lösen, indem man denen die richtigen Informationen dazu liefert, das ist übrigens nichts anderes als Marketing, ja, also das Problem anzusprechen, klar, was wir eben haben, wo viele, glaube ich, Angst vor haben, halt aus Maklersicht jetzt das Thema Zinsen anzusprechen, das ist falsch, also direkt ansprechen, dann aufklären, die richtigen Informationen liefern, um halt den Leuten helfen zu können. Absolut, also Aufklärung ist das eine, heißt auch Zahlen, Daten, Fakten liefern, das heißt in einem Exposé muss es Finanzierungsbeispiele geben, die müssen sauber, aufgeschlüsselt, integriert werden, um den Leuten die Informationen zu liefern, die sie brauchen, um eine vernünftige Entscheidung zu treffen, ja. Das persönliche Gespräch, also heißt wirklich, der Kunde kommt ins Büro, also der Käufer kommt ins Büro. Es werden nicht irgendwelche Telefonate geführt, ja. Man überlässt auch im Übrigen nicht die Finanzierung einfach nur dem Käufer, ja, ich check das dann mal mit meinem Finanzierungsberater. Nein, ich lasse den Kunden nicht aus der Hand. Natürlich hat er diese Option, mit seinem Finanzierungsberater zu sprechen, aber ich habe meinen und es gibt eine Finanzierungsprüfung, ja, die von mir aus gemacht wird, weil das, was doch unik ist, also einzigartig, ist, ich habe die Immobilie im Alleinauftrag. Und diese Immobilie ist einzigartig. Und sie ist selbst einzigartig, wenn sie eine in der Reihe stehende Immobilie ist, wo das reine Eckhaus dem Käufer zu teuer ist und ich habe das reine Mittelhaus, was günstiger ist als das reine Endhaus, dann ist es trotzdem unik und einzigartig, weil ich der Einzige bin auf dem Markt, der diese Immobilie verkauft. Punkt, aus, Ende. Also muss mir das auch klar sein, dann muss ich es auch entsprechend vermarkten und so auch diese Exklusivität auch rüberbringen in der Kommunikation und mit allen Daten, die dazugehören, inklusive Finanzierung, inklusive Begleitung. Und dann überlasse ich das nicht dem Zufall. Das ist nämlich ein Riesenproblem, die Leute, gerade also die Leute, die Immobilienmaklerinnen und Makler überlassen viel zu viele Dinge dem Zufall, lassen die Leine zu sehr locker und der Prozess ist nicht straff genug geführt. Wir lassen es so nach dem Motto, wir lassen mal den Markt entscheiden, wie es läuft. Ja, also es ist natürlich auch viel Unsicherheit, vielleicht ist auch manchmal natürlich ein bisschen Naivität vielleicht auch dabei, ich will da niemandem was unterstellen, aber unterm Strich gesehen ist es bei uns ein sehr strong oder straight, ja straight ist das bessere Wort, straight geführter Prozess, der abläuft, wo wir eben nichts und gar nichts, wirklich nichts, nothing, dem Zufall überlassen. Okay. Okay, was kann ich schon im Einkauf, ja, also im Einkaufsgespräch vorbeugend dafür tun? Ja, also auch hier ist ein Thema, dass Einkauf häufig so stattfindet. Häufig meint jetzt immer so der überwiegende Teil, ja, also wir gehen zum Verkäufer, der Käufer sagt irgendeinen Preis, ja. Ja, ich sage mal so, der Amateur oder der nicht so fähige Immobilienmakler, der geht auf die Wünsche des Verkäufers ein, um den Auftrag zu bekommen und das ist, das können die Leute, kann man natürlich, ja, ich mache das nicht, aber so wird es da draußen gemacht überwiegend, ja. Verkäufer sagt, meine Bude ist 500.000, die will ich haben. Makler sagt, ja, lassen wir mal mit 520 anfangen. So jetzt mal ganz salopp gesagt, ja. So, das heißt also, die Bewertung und ich sage, die Marktwertermittlung, so nenne ich es oder wir es, die Marktwertermittlung war immer und bleibt und wird immer einer der wichtigsten Faktoren sein als Basis für eine ordentliche Vergabe eines Alleinauftrages und auch Entgegennahme eines Alleinauftrages auf Maklerseite, dass er dem Verkäufer Realität darüber gibt. Und zwar, es geht nicht darum, dass ich als Makler das runterhandeln muss. Das ist auch so ein totaler Irrglaube, dass die Leute sagen, nur weil der Marktwert jetzt vielleicht bei 450 ist und der Verkäufer 500 möchte, dass ich dann der Überbringer der schlechten Botschaft ist. Völliger Blödsinn, darum geht es gar nicht. Die Frage ist doch, lieber Verkäufer, was ist denn entscheidend? Entscheidend ist doch die Strategie, mit welchem Weg wir den Wunsch, ihr Ziel erreichen. Und wenn wir, und das ist unbestritten, wenn ich zu hoch, das weiß jeder, der schon mal eine Immobilie verkauft hat, wenn ich zu hoch in den Markt gehe, also mit 550 oder 600.000, dann ist die Wahrscheinlichkeit, dass ich eine Großzahl an Kaufinteressenten verliere. Also 30, 40, 45 Prozent der Kaufinteressenten gehen mir weg, wenn der Marktpreis zu hoch ist, weil die sind ja nicht ihr. Ja, aber jetzt gerade sehr entscheidend sind. Genau. Die sind total kriegsentscheidend. Das heißt, ich muss die maximale Anzahl an Interessenten in der kürzesten Zeit auf den Point haben, damit der eine bei rauskommt, der zielsicher durch die Linie läuft. Yes. Das ist der Punkt. Und das geht nur mit einer soliden Marktwertermittlung. Also das heißt, dem Verkäufer auch Realität zu geben und sagen, hier, guck mal, das ist der Marktfaktor, das sind die Daten, die Daten, die Daten. Ja, und end of the day kommen wir auf den und den Wert. Und ja nicht nur die Bewertung hinlegen und es dann dem Zufall überlassen, ob ihm das jetzt gefällt oder nicht, sondern natürlich auch dahingehend zu überzeugen, dass das der richtige Weg ist. Ja, eben die Strategie aufzuzeigen. Ja, weil da fehlt aber auch den Maklern, die teilweise, also das habe ich oft in Gesprächen, dass die Leute sagen, ey, da habe ich einfach Probleme mit, das eben darzustellen, das so zu vermitteln, dass der Verkäufer wirklich sagt, ey, wow, sie haben mir das jetzt so gut erklärt und ich habe das alles so verinnerlicht, wie das jetzt bei ihnen abläuft. Ich bin total überzeugt. Genau, also ich schaue, das ist doch so, wenn du, wenn du, sag mal, du gehst zu einer Bank und du willst einen Kredit beantragen. Da gibt es einen ganz klaren Ablauf, wie das Ganze stattfindet. Jetzt mal unabhängig der Tatsache, ob der Banker cool ist, ein guter Berater oder eine schlechte Bar. Es gibt einen klaren Ablauf. So, wenn ich einen Kredit haben will, muss ich den Ablauf gehen oder nicht. Ja, wenn nicht, kriege ich ihn halt nicht. Fertig. Und so ist es halt im Einkauf, im Verkauf, in der Akquise, im Marketing. Es folgt alles Prozessen und einem System. Und das ist jetzt an der Zeit oder die Zeit wird immer wichtiger, dass die Makler das verstehen, weil eine Krise, und das ist auch wieder eine Form, eine Krise kommt ja immer in anderen Kleidern wieder, ist auch eine Krise und diese Krisen bringen ja nur das hervor, was vorher nicht funktioniert hat bei dir. Wenn du also ein gnadenlos gutes Konzept hast, ein gnadenlos gutes System und Prozess in deinem Unternehmen hast, dann bist du auf solche Sachen vorbereitet. Ja, dann bist du in der Lage, diese Dinge in den Griff zu kriegen, weil auch hier werden die einen wieder heulen. Also heulen im Sinne von, oh, Drama und das funktioniert bei mir nicht und so weiter. Und das sind häufig auch Dinge, die haben mit Gesprächsführung zu tun, die haben damit zu tun, ist es auch zu erkennen, bringt jetzt ein Käufer nur ein Vorwand, um den Preis vielleicht zu drücken. Das ist ja auch nochmal ein ganz großes Thema, ja. Du musst auch nicht jedem Kaufinteressenten glauben, was er sagt. Viele, wir haben das Beispiel gehabt bei einem Kunden von uns, der gesagt hat, ja, da ist einer abgesprungen wegen der Finanzierung und schreibt mir zwei Tage später eine Mail und sagte, ja, wegen der Finanzierung, aber wenn sie die Immobilie jetzt zum Preis von ABC mir anbieten, dann kaufe ich sie. Also das heißt, es wird natürlich auch jetzt angeführt, um wieder auf den Preis zu drücken und sozusagen schöne Boonies zu verhandeln sozusagen. Und auch das muss ich Verkäufern natürlich erklären, denen da wieder zeigen, so ist die Situation, so sieht es einfach aus. Und wenn ich das alles all over sauber berücksichtige, dann muss das jetzt nicht mir den Angstschweiß auf die Stirn treiben. Also das ist alles handhabbar mit coolen Informationen, mit klarer Kommunikation, sauberer Verbreitung der Botschaft, ja. Und eben mit extrem starker und guter Präsenz und Darstellung im Verkauf, ja. Dann hast du einen, der hat nach wie vor genug Druck, genug Power, ja. Der hat das Geld, ja, den juckt das auch nicht, ob der jetzt zwei Euro mehr zahlt oder nicht, weil am Ende ist immer noch die Immobilie entscheidend, ob jemand kauft oder nicht, ja. Und jetzt kommt vielleicht noch ein ganz wichtiger Punkt, ist, auch hier ist eine Informationspolitik wichtig, nämlich, wie war denn die Zinspolitik in den letzten 40 Jahren, ja. Und da sind wir ja jetzt noch auf einem Niveau, was so unter diesem Höchstständen lag. Also ich selber, ich, All-Time-High, genau, ich kann selber noch nachvollziehen, wo wir bei 9% Baufinanzierung, ja. Da sind auch andere noch, ich sage mal, mit der Trommel um den Weihnachtsbaum gelaufen. Da haben wir ja schon Objekte verkauft, eben mit 8, 8,5, 9% Zins, ja. Das ist, da haben die Leute genauso gekauft. Also kommt mal alle schön runter, entspannt euch mal. Fakt ist, macht euren Job und macht den richtig cool, ja. Und informiert die Leute gut, dann. Und lasst euch nicht wegen jedem Zeug triggern, weil ihr müsst da ruhig bleiben, wo alle anderen nervös werden. Und das heißt, euren Kunden Sicherheit vermitteln. Weil Menschen, die nicht sicher sind, was machen die? Keine Entscheidung. Treffen keine Entscheidung, ja. Und das ist, dass es geht. Ich denke, das ist ein sehr gutes, abschließendes Wort. Wenn auch ihr die Prozesse etablieren wollt, die solche Probleme lösen oder Herausforderungen, aber nicht nur diese Herausforderungen, sondern auch viele andere, sowie eine Vielzahl von Partnerunternehmen, mit denen wir eng zusammenarbeiten in unserem Coaching, dann meldet euch auf ein Strategiegespräch, auf eine Coaching-Session und wir freuen uns auf euch. Vor dem Coaching war es so, dass ich noch Potenzial hatte bei der Akquise, weil mir da einfach die klassische, wie sagt man so schön, Generalisierung von allem gefehlt hat. Ich hatte noch kein Fließband und da hat mir Heinz, beziehungsweise das Coaching stark geholfen, das Ganze zu institutionalisieren. Und jetzt geht es natürlich darum, beim Unternehmercoaching das aufzubauen mit Mitarbeitern etc. Und jetzt geht es natürlich darum, beim Unternehmercoaching das aufzubauen mit Mitarbeitern.